So, willkommen zurück zum nächsten Teil. Los, beginn. Was hast du, Trudist? Du hast dich in deinem Raum wieder. Du hast dich in deinem Raum wieder. Hallo, Taddy. Hallo, Taddies. Das sind meine Freunde. Ja! Kann ich nicht mehr? Jetzt drückt mal was an den Knöpfen rum. Nichts? Ja, ja. Tomorrow is another... ...is another one today. Oha! Hä? Ja? Ja, du musst noch was drücken, um wieder reinzugucken. Turn and run back. Schließe Tür. Schließe Tür. Schließe Tür. Oh ne, das war tatsächlich... ... 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 Was passiert dann? Hm? Was? Unter und LB. Irr... äh... Hä? Closed doors... Oh... Hast du gelesen, was da unten stand? Ja, und damit habe ich mich gedreht. Guck. Ah. Kannst du das nicht machen? Nein. Doch. Du bist dran. Hat da was gekrabbelt? Tret dich mal um. Nein. Jetzt tret dich um! Nein! Sonst sterben wir noch. Nee, okay. Hat nicht gekrabbelt. Toll. Du kannst die Infos auch ausblenden, ne? Wenn du weißt, wie alles funktioniert. Ich will nicht! Ich muss da immer drauf gehen, gucken. Nee, wenn ich was höre. Kannst du alle Türen schließen? Nein. Wieso nicht? Ja, nur ein. Ja, aber sind aber alle offen. Warum sind alle offen? Licht! Oh, sorry. Ja, geh gucken. Du musst da, wo der dann steht, musst du die Tür schließen. Toll, aber ich weiß, das ist mein Bi! Hä? Du hast sie doch eben geschlossen. Nein! Doch, eben hast du deine Tür geschlossen. Ja, eben. Ja, dann mach die Infos wieder an. Bi! Geh nicht! Ah. Nein! Siehst du? So. Ich will nicht. Hier gucken. Nein! Ja, dann kommt sowieso irgendwann eine. Bleibt ihr nicht zu? Aha. Toll. Ich will nicht. Kannst du nicht? Nein. Warum? Weil ich jetzt zugucke und du spielst. Nein! Jetzt hab ich was gehört. Mach doch die scheiß Tür zu! Ja, das bringt ja nicht, wenn du nicht weißt, ob der da ist. Vielleicht steht er an einer anderen Tür. Nein! Du musst doch schon Licht anmachen. Ich will nicht. Nein, ich will nicht. Ach man, ich weiß doch nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, was ich hier drücken muss. Also, Y, also B, du tust die Tür zu. Äh. Das macht gar nichts. Wenn du da... Warum hat das Licht geflimmert? Ich weiß nicht. Wie komm ich wieder zurück? So. Und so kannst du. Der ist auf der anderen Seite! Andere Seite! Andere Seite! Andere Seite! Ich kann auch nicht so drücken wie du. Tür zu Tür zu. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Warum flimpert mein Licht? Vielleicht ist er hinter mir. Ja, wie dreh ich mich um? Äh... Halten, womit du leust. Und... Nein. Du tust den da runter. Und den... Ja, ist gut. Ah! Ah, witzig. Ah, witzig. Äh... Hättest du nicht nach hinten sollen. Gucken sollen. Warum war der hinter uns? Keine Ahnung. Du bist irgendwann in den Raum gekommen. Wie? Ja. Okay, da wissen wir wenigstens wieder das 4. Spiel auch funktioniert. Super. Gut, dann war's das wieder mit diesem Video. Bis zum nächsten. Auf Wiedersehen. Geil.